Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wettervoracht. Bevor ich über unsere Wetteraussichten rede, ein kurzer Blick in die Schweiz. Denn es gibt neue Daten zur Gletscherschmelze der Schweizer Alpengletscher. Hier sehen wir zunächst die letzten 20 Jahre. Es gab kein einziges Jahr, in dem dieser Balken nach oben geht und dann vielleicht blau angezeichnet wäre. Also kein einziges Jahr mit einem Gletscherzuwachs. Anstattdessen meistens ein bis drei Prozent. Und zwar im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr ein Gletscherrückgang. Und jetzt gibt es die aktuellen Daten für dieses Jahr, für 2022. Und da gibt es einen neuen Rekord, mehr als sechs Prozent Gletscherschwunst. Das entspricht im Mittel einer Eisdicke von drei bis vier Metern. Und über die letzten 20 Jahre haben die gesamten Schweizer Alpengletscher mehr als ein Drittel ihres Volumens verloren. Aktuell schneit es übrigens in der Schweiz, aber auch nur oberhalb von 2100 bis 2200 Meter. Meistens ist es nämlich Regen. So auch dieser Regen bei uns in Baden-Württemberg und Bayern, der bis nach Thüringen und bis nach Sachsen hereinreicht. Ein paar Schauer sind auch noch im Norden unterwegs. Insgesamt passiert in der Nacht folgendes. Die Schauer im Norden lassen nach und dieser Regen im Süden legt sich immer mehr auch an den Alpenrand. Dazwischen reißt der Himmel auf, es klart auf und wir können die Sterne sehen. Die Temperaturen gehen nachts zurück oder besser gesagt bis morgen früh, verbreitet auf Werte zwischen sechs und zehn Grad. Morgen Vormittag dann letzte Tropfen im Südosten Bayerns. Ansonsten ein trockener Start und vor allem in der Mitte schon verbreitet mit viel Sonnenschein. Im Verlaufe des Tages zum morgigen Nachmittag hin wird es sehr sonnig weitergehen. Es gibt noch ein paar Wolkenfelder, die vor allem über den Norden hinwegziehen. Auch am Alpenrand halten sich noch ein paar Restwolken. Ansonsten wird es morgen sehr sonnig. Die Temperaturen morgen Nachmittag erreichen 12 bis 16 Grad. Der Wind weht dazu meistens aus westlichen bis südwestlichen Richtungen und nur im Norden etwas spürbarer. Mit Stärke 4 bis 5. Zu den weiteren Aussichten. Wir bekommen Hochdruckwetter und das bedeutet viel Sonnenschein. Das bedeutet aber auch, wir haben ja November, vor allem im Süden an den Tälern zum Beispiel an der Donau, am Main, am Oberrhein, Hochrhein, am Bodensee oder auch an der Mosel. Da kann sich an beiden Tagen am Freitag und am Samstag verbreitet zäher Nebel bilden, aber außerhalb dieses Nebels sonnig und bis zu 16 Grad warm. Also das kommt und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.